Hallo Freunde der Spielkultur, ich bin noch immer nicht mit all den Informationen von der Gamescom durch und deshalb kommen weiterhin vereinzelte Videos zu Dingen, die ich auf der Gamescom 2024 sehen konnte. Mit dazu gehörte auch Commandos Origin, endlich wieder ein taktisches Strategie-Stealth-Game mit realistischem militärischem Setting. Ich möchte nicht die Mimimi-Games herunterspielen, aber Commandos war halt damals nochmal was anderes. Zuerst einmal das Wichtigste, was ich die Entwickler auch direkt gefragt hatte. Das Team, welches hinter Commandos Origin steckt, hat nichts mit den Remaster-Versionen der alten Teile zu tun. Diese waren ja eher nur funktional lauffähig gemacht worden und haben leider die Chance verpasst, neue Leute für die Commandos-Reihe zu begeistern. Ganz anders, zum Glück, bei Commandos Origin. Der mir präsentierte Build, beziehungsweise die Version, war bereits vollspielbar und einfach das, was man von einem modernen Commandos erwartet und wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass für Konsole und PC enthalten sein. Erstmal eine kleine Zusammenfassung für die, die Commandos nicht kennen. Ihr seid eine spezielle Eingreiftruppe im Zweiten Weltkrieg und werdet zu Missionen geschickt, die für normale Soldaten einfach zu gefährlich sind. Dazu stehen euch in jedem Einsatz einige der sechs speziellen Charaktere zur Verfügung, die in unterschiedlichen Klassen zuzuordnen sind. Wir haben da den Green Barret, den Pionier, den Scharfschützen, einen Fahrer, einen Marine oder auch Taucher genannt und zu guter Letzt einen Spion. Durch die unterschiedlichen Fähigkeiten der Charaktere gibt es natürlich auch unzählige Wege zum Sieg. Im finalen Spiel werden zehn Missionen verfügbar sein und die dafür gemachten Karten sind, wie soll ich sagen, einfach groß und voll mit Nazis. Sie führen uns in die Arktis, in die afrikanische Wüste und zu anderen europäischen Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs. Und bieten nicht nur eine Hauptmission, sondern auch optionale Nebenmissionen, die man durch das Erkunden der Karte aufdecken kann. Manchmal vereinfachen die optionalen Nebenmissionen unsere Hauptmissionen oder eröffnen uns neue Wege, um den Hauptauftrag abzuschließen. Anders als in den alten Kommandosteilen haben Leichen nicht mehr ein volles Inventar mit Loot und Waffen. Hier wurde das System ein wenig entschlackt und man findet zwar immer noch Messer, Radios zum Ablenken von Feinden, Granaten oder Erste-Hilfe-Kits und so weiter, aber man wird nicht mehr von Loot-Massen erschlagen. Natürlich wäre es realistischer, ständig Sturmgewehre 44 und Karabiner 98k bei deutschen Wachen zu finden, aber es ist taktischer, wenn das halt nicht der Fall ist. In der mir gezeigt Mission wurde auf die Fähigkeiten des Green Barrett und des Marine eingegangen. Der Green Barrett ist der typische Soldat und eine Killermaschine. Er kann mit Waffen umgehen, sich zur Tarnung einbuddeln und Wachen mit einem Radio zu einer Position locken, um diese dann auszuschalten. Er ist also auch gut fürs Grobe, wie das Sprengen eines Wachtrupps zum Beispiel. Der Marine, oder auch mal Taucher genannt, von manchen Leuten, kann natürlich schwimmen. Wer hätte es gedacht? Er kann Wachen mit einem Wurfmesser auf kurze Distanz ausschalten, ihre Blickrichtung mit einem geworfenen Stein ändern oder auf größere Distanz lautlos mit einer Harpune töten. Falls eine Fähigkeit gerade nicht passt, gibt es auch wieder unzählige interaktive Umgebungsobjekte auf der Karte, um Wachen auszuschalten. Hier fallen mal ein paar Steine von einer Anhöhe, da kippt man einen Stapel Kisten um, hier rollen ein paar Baumstämme über eine Patrouille, oh, und dieser Kran hat einfach seine Ladung fallen lassen. Alles natürliche Unfälle. Das Spiel soll übrigens 2024 noch rauskommen, auch wenn es noch kein genaues Release-Datum gibt. Ach, noch ein interessantes Feature vom neuen Teil, man kann die Einsätze im Zwei-Spieler-Koop spielen, entweder online oder im lokalen Splitscreen sogar. Alles in allem also, ja, alles auf grün. Und Daumen hoch für den neuen Kommandos-Teil. Ich freue mich drauf, irgendwann daheim selbst Hand anlegen zu dürfen, natürlich an das Spiel. Wenn dir die Zusammenfassung übrigens gefallen hat, dann lass doch ein Like und einen Kommentar da. Ich würde mich freuen und wenn du es ganz toll fandest, folge einfach dem Kanal für mehr Angespielt, Gaming-Videos und Sachen von mir. Euer Imperator. Dann lasst mich an, was pneum STRG-Külажу. Das liebeste chỉ. Ich sehe mich einfach. Ich danke dir dir. Bigger dich. 妹.